Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten Stadionvlog. Ich glaube, das ist jetzt der 8. Ich habe gestern schon einen aufgenommen. Gestern war ich ja beim Spiel, war ich ja Flensburg gegen Friedrich. Das Video wird wahrscheinlich davor rauskommen. Und ja, deshalb willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht es wieder nach Kiel. Dort empfängt heute schon Kiel-Saint-Hausen. Ich freue mich auf das Spiel. Das ist ja ein Ketterduell. Beide Mannschaften sind ziemlich weit unten drin. Ich bin gespannt, wie das Spiel heute läuft. Und ja, ich treffe nachher noch meinen Freund Kato Ruell. Er möchte mir sein Trikot geben. Bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Und ja, ich nehme euch heute ein bisschen mit. Ich hoffe, dass Kiel natürlich die drei Punkte holt. Die werden enorm wichtig für uns. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr ein Like da lässt und ein Abo. So Leute, ich bin jetzt am Weg ins Stadion. In einer Stunde ist Anpfiff. Eben noch am Hotel Kato Ruell aus dem Fenster gesehen. Grüß der Ehre, Mann. Der hat mir zwei Freikarten gesagt fürs Spiel. Also, du bist der beste Käter, ehrlich. Er hat die zwei Karten aus dem Fenster geschmissen. Ich habe sie gefangen und bin jetzt bereit. Für mich geht es jetzt in den Sandhausenblock. Und ja, mal gucken, was ich erwarte. Mein Tipp ist, Kiel gewinnt 2-1. Und ja, ich merke mich, wenn ich im Block bin. Ich sage, how are you going to be my girl? Ich sage, how are you going to be my girl? Dort, wo der Welt seit sich weg? Komm mal am Schau. Moin Moin Tag. Und ich sage, wie am Tier? Hoi! Nur für dich, wie schwingend ist er. Hoi! 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 In der zwanzigsten Spielminute. Tor für Halsnay! Vier! Tor für Halsnay! Vier! Torschütze mit der Nummer 17. Benedikt! Peter! Benedikt! Peter! Benedikt! Peter! Dann im 17.9 T-Stadt und Neusteyn Stadion. Neusteyn! Heil! Sandhausen! Uh! Tier! Heil! Heil! Hannity! Kreis, der stem raspberry! れたに逃げられるradによっ! ひっくりきるだろう! 忠 applesによっ! 取り出し押忍aじょう! 賛光の他に賛光の の言葉! Die Halbzeit im Holsteinstadion 1-1 und jetzt geht es weiter in die zweite Halbzeit. Ich bin gespannt. Kiel muss deutlich mehr tun, also in der Spieleröffnung sind einige Probleme und ja, hoffentlich kommt er noch ein. Die 20.000 Fans sind lauter als das ganze Stadion. Krass. 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 Auf gehts zum Zweiter. Der Baden ist schlecht angenommen. Krass. 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 Let's go! No! G! G! Putz die Kube in my bag. Oh! In der 83. Spielminute, Tor für Wolstein, Tor für Wolstein, Torschütze mit der Nr. 14, Stiehlen. Da ist doch mein Kind, danke schön. Moin Leute, das Spiel ist jetzt zu Ende. Holstein-Kir und Sandhausen trennen sich mit 2 zu 2. Wir haben ein echt geiles Spiel, habe ich gesehen. Viele Torschriften bei Holstein-Kir, auch bei Sandhausen. Eben, weil ich noch beim Sandhausen muss, Cater Orell hat seine Versprechen eingehalten und mir sein Trikot gegeben. Größter Ehrenmann, guck. Größter Ehrenmann. Und ja, für mich geht es jetzt wie nach Altenholz. Ein bisschen Wellness machen, weil ich bin eingefroren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, weil es steht ja auch bald Weihnachten vor der Tür. Und ich möchte euch auch ein bisschen was zurückgeben. Moin Leute, wie ich schon im Video gesagt habe, kommt jetzt ein Gewinnspiel, weil ich möchte auch noch ein bisschen was zurückgeben für den ganzen Support, den ihr mir seit drei, vier Wochen entgegengebt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Kommentare von euch sehe und die ganzen Likes, um die aufgewässer, möchte ich euch auch noch was zurückgeben. Ein Holstein-Kir, Trikot, original, unterschrieben von der ganzen Mannschaft. Aus der Saison 19, 20. Wie ihr sehen könnt, euch noch unterschrieben. Hier zeige ich euch nochmal die andere Seite. Und was ich noch verlose, der Holstein-Kir Schal gegen den FC Bayern, den DFB-Pokal wie Holstein-Kir der FC Bayern besiegt hat. Der Schal ist auch was sehr Besonderes, auch signiert von Finn Bartitz. Was ich dafür tun muss, ihr müsst einfach mir auf Instagram folgen, meinen Kanal abonnieren und mit euren Lieblings-Emoji kommentieren auf YouTube. Dann seid ihr dabei. Ich wünsche euch eine angenehme Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr feiert schon mit der Familie, auch wenn es unter der Corona-Situation momentan sehr schwer ist. Aber ich hoffe, ihr macht das Beste draus. Ich wünsche euch auch nur das Beste für das neue Jahr und danke für den krassen Support. Bis zum nächsten Mal.